Alles klar Leute, hier ist Mr. Sammy Deluxe in Hamburg City, ihr könnt es nicht sehen, weil es schon zu spät ist, aber das ist meine Stadt hier im Hintergrund und es geht raus an die Leute, die auch versuchen was zu tun und zwar für die armen kleinen Kids in Nepal, Hopat.org, unterstützt den Scheiß oder unterstützt meinen Verein, unterstützt irgendeinen Verein, macht was Gutes für diese Welt. Peace out.